Zwei Aufschlagspazialisten, Orvin Barth, Dr. Erwin Barth, warum er jetzt hier nur einen Anwurf macht, nur um mich lieben zu strafen, weil er hat wirklich sehr giftige Aufschläge, macht sie aber nicht gegen Oliver Keck. Und Oliver Keck natürlich auch sehr gute Aufschläge, als er nach Bayern Liga gespielt hat, aber die besten Aufschläge mittels Denkens überhaupt, ohne jeden Zweifel. Warum magst du bloß Einwürfe gegen ihn? Ja. Ja.